So, jetzt geht Griechenland gegen Russland in der letzten Rundenpartie. Dann ist Runde 1 abgeschlossen. Und zwar heißt die Begegnung Olympiakos gegen Lokomotiv Moskau. So, wir haben das letzte Gruppenspiel. Griechenland gegen Russland. Okay, passt. Alter, mein anderer ist gescheiter gewesen. So, passt. 3 zu 2 setzten sich die Russen durch in den Spielen. Ja. Alles klar bei dir, Flo? Was hältst du eigentlich vom Outbrake-Modus? In COD. Stimmt, da wäre wirklich nice. So, 3 zu 2, meine Damen und Herren. Das letzte Spiel. Russland oder Griechenland. Russland, legt da mal vor. Die Griechen kommen mit dem Tod noch nicht so ganz klar. Oh, danke. Sie kommen nicht klar mit dem Druck dabei. Russland will das schnelle Tor. Für die Griechen hast du dich mal dagegen halten. Oh, schade. Ja, mal weg. Ich bin da vor. Ich bin da wohl oder. Ich bin da hoch da. Ja, aber sie halten noch Stand. Aber viel zu viele Fehler waren in Griechen. Und da ist es. Schön gemacht, der Dreher. Hat ihn hier schön aussteigen lassen. Verdient 1 zu 0. Durchsidorf. Yes, Grisciovia war glaube ich der Assistgeber. Assistgeber, ja. Soll ich es aber trotzdem nicht nachlassen. Oh. Runde, sag mal. Lange als grauer, Minute 25. Oh. Hela Rabi, der sagt mir auch was. Immer nicht. Oh shit. Oh. 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 We. Nein. Nein. Schade. Russland bleibt nach wie vor dran. Oh. 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 Hinten und er grinselt. Oh, schwer. Nein. Ja, schwer. Zwei. Ausflugstorger haben sie. Aber den hat er sicher zweit vorgelegt. So hat Braidwaite das Tor bekommen. Ja, die zwei Ausflugstorger haben sie. Also Frau Lundiakos wird es jetzt hier sehr schwer. Oh. Oh. Die Russen spielen das bislang sehr stark runter. Ja, schön gespielt. Kamaua. Oh. 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 Sieße. Ja. Ein schöner Passier. Ja. Leider von Lundiakos schwach zu Beginn. Bisschen gesteigert jetzt. Ja. Aus russischer Sicht heißt das jetzt nicht nachlassen. Zumindest noch vielleicht ein Tor schießen. Das wäre auf jeden Fall der Todesstoß. Schauen wir mal. Doppelwechsel bei den Griechen. Muma? stark oder ja das war stark das war jetzt mit viel risiko aber stark gott sei dank das verletzt kamera ja gut aber dann wird man gleich nachlegen mit dem nächsten wechsel oh nein oh schön schön 2 zu 2 kamera heute sehr starken eindruck hinterlässt er hier das ist wieder alles offen einturm würden ihnen noch sehen für die verlängerung ja da hat man sich gespielt hinten nicht den ball weg bekommen ja kreuz wow wow ja dann ja 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 das ist aber trotzdem ein sehr sehr schönes spielen ja das war tatsächlich gut gespielt er ist sehr verschlafen ja 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 als hätte es jetzt endgültig sein können als hätte es jetzt endgültig sein können als hätte es jetzt endgültig sein können das muss ich jetzt endgültig sein können das muss ich jetzt noch so runterspielen naja das war jetzt schon sehr billig für die zwei Minuten in zwei Minuten in zwei Minuten kannst du zwei Tore schießen oft oh man braucht noch einen blöder Ausschuss kommen und das war's ja gut dann ist ein Tor aber zwei Tore ist halt also du hast noch zwei gebraucht naja du hast das hinspielt und A2 stimmt stimmt und ich habe ein Auswärtstor mehr gehabt ok